Willkommen bei der Landsteiermark-App. So nutzen Sie die Funktion Services und Leistungen. Um zum Bereich Services und Leistungen zu gelangen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol in der Menüleiste. Wenn Sie bereits wissen, wonach Sie suchen, können Sie die Suchleiste nutzen und mit Ihren Suchbegriffen direkt zu den gewünschten Leistungen und Services gelangen. Die am häufigsten gewählten Services sind über die Bildergalerie direkt zugänglich. Wischen Sie diese horizontal, um alle zu sehen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich systematisch durch Services und Leistungen zu tippen, indem Sie das Inhaltsverzeichnis nutzen. Um beispielsweise einen Antrag auf Wohnunterstützung zu stellen, tippen Sie einfach auf das Bild. Nun sehen Sie alle nötigen Informationen passend zum Thema aufgelistet. Indem Sie auf den Pfeil rechts neben dem Titel tippen, werden Ihnen weiterführende Links oder alle Infos in Form von Texten angezeigt. Zusätzlich haben Sie in den meisten Fällen die Möglichkeit, direkt zum Online-Formular zu gelangen. Tippen Sie auf Online-Formular. Befolgen Sie die nötigen Schritte und so schnell kann der Amtsweg erledigt sein. Tippen Sie auf in den nächsten aussi. Klasse